Du bist mein epischer Freund. Ihr seid alle so episch, wisst ihr das? Wissen wir doch. Ich muss sagen, mein Moment in der Hauptstore ist Epic. Die ganze Zeit, die letzten paar Monate, haben wir über Epic gekauft. Ist es uns hier runtergelandet? Weil es einfach gratis was gibt, oder? Wahrscheinlich. Gratis habe ich bis jetzt 3 Spiele zum Gratis geholt. Oh Gott, die Dev Peperoni ist schon wieder da. Wirklich? Ja, der Ball war mal zufällig da. Oh Gott. Mit dich? Oh Gott. War mein Plan. Sonst hätte ich den gerade aufs Tor gebracht. Ordner. Tatsächlich, Rooster Teeth. Chaos in Wasteland. Diner Euro? Ja, 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 ja. Rooster Teeth landet bei mir auch immer im Spam Ordner. Geht dir das auch so, Rie? Äh, ich weiß es nicht. Ach so, du tust es selber in den Spam Ordner, oder? Äh, das landet da. Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöh. Nee. Landet bei mir nicht da. Aber was ist da? Netflix ist mal, äh, rücken gelandet. Oh, ist der gut. Nein! Habt aber nicht gereicht. Von mir kommen immer Facebook. Äh, ich krieg keine Facebook-Mails. Ja, ich hab Facebook jetzt mittlerweile auch geflöscht. Nein! How dare you! Gott, echt? Ja, Facebook ist schmutz. Nein, wirklich? Wer heutzutage nur Facebook benutzt, der ist... ...out. Ich glaub, er will jetzt darüber richtig spielen. Meinst du? Er steht nur da bei mir, AFK. Jetzt bewegt er sich wieder. WhatsApp ist jetzt hier jetzt auch Facebook. Und Instagram auch? Ja, lösch WhatsApp sofort. Er ist jetzt in einem Tor, er ist... Äh, jetzt spielt er irgendwie doch richtig. Und ich treff den Scheiß-Ball nicht. Ist die Oculus Rift nicht auf Facebook? Ja. Ja, Oculus. Schon rüber? Facebook. Ja. Hacker Navi auch. Nee. Dann kauf doch einfach eine. Weil du eh keine Wohnung bezahlen musst. Also... Auf Hochzeiten musst du auch nicht fahren. Zum Geburtstag, zum Geburtstag. Letzt du uns zwar ein, aber irgendwie dürfen wir nicht kommen dann. Wie viel kostet die? Irgendwie geht das alles so nicht. Mensch, wie? Geh weg da. Kostet nur 500 Euro? Es ist ein Haufen verschiedene Anbieter, oder mehrere verschiedene, nicht Haufen, aber einige für so VR-Spiele-Gedöns. Ja, hattet sie Vive zum Beispiel. Alles davon ist nun gut, das ist ja auch gleich als nächstes. Ja, hier dieses... Kostet einen Haufen Kohle und dann weiß man nicht, was davon getraufbar ist. Von Steam dieses Half-Life... Ja, das wollte ich mir noch holen. Das glaube ich ist echt ganz gut. Da haben wir letztens alles zaut. Video. Das sah echt nicht schlecht aus. Das ist halt auch speziell dafür gemacht und nicht so rüberge-pastet irgendwie. Wegen 1-Spiel kaufen wir jetzt keine Auflöse. Aber wir haben NBA-Wölle, 4 Haufen Geld, 4 wegen 1-Spiel. Na komm. Wir können eigene Wohnung. Mit Dich? Was ist denn keine Wohnung zu tun? Wie los? Oh Gott! Da bleibt mehr Geld über. Ich habe genug Geld. Ja, also dann geh doch. Ja, weil er keine Wohnung hat. Oh nein! Jawoll! 2-3 Euro sind schon gepasst. So, was läuft mit dem? Keine Ahnung. Da hat er jetzt keinen Bock mehr. Ne, er ist nicht letzter... Wir gehen nicht mehr mit, wir lassen uns nicht mehr zerstören. Ja, ich habe ihn jetzt glaube ich schon dreimal zerstört in der Runde. Weil er im Tor immer so... Wahrscheinlich wird er selber zerstört, das gefällt ihm nicht und... Weil jetzt die meisten, oder ich zumindest, jetzt auch ziemlich oft ausgewichen bin. Oh. Da hat er keinen Spaß mehr daran gehabt. Ja. Wer ist jetzt gegangen? Tschüss, wie? Wie? Wie, wie, wie jetzt? Haben wir ihn geärgert? Ja, stimmt. Halt. Oder er muss jetzt ins Bett. Ja. Um halb sieben wird das Netzwerk-Cover rausgezogen. Die Router-Sperre. Die Kindersicherung. Ja. Da hat er gestartet. Oh-oh. Ist da nie? Ja, ja, ich bin da. Ich tanze hier nur im Besuch. Meine Eltern müssten nicht machen, was das nicht für eine Sperre ist. Weißt du, wie sie das nicht trauen? Das sind Schläge. Meine meinte das auch mal zu machen. Einen Tag später habe ich ihr Passwort bei ihrem Account weggemacht. Mein eigenes hingemacht. Da konnte sie es nicht mehr wieder ändern und sie kam nicht mehr rein. Ja. Sie war da. Außerdem ist es mein Router. Das ist mein Router. Mein Fritzbox. Mein Internet. Mein Router. Mein Fritzbox. Wir wollten auch Steinmetz werden, nachdem wir Minecraft gespielt haben. Jep. Das war meine Bestimmung. Ich spiele diese Scheiß-Mappe. Patty ist so ekelhaft. Du beschwerst dich jetzt nicht nochmal über die Map hier. Ja, doch. Ging daneben habe ich gesehen. Ja. Hey. Furchtbar. Wasch'n Lauch. Geh drüber. Hi. Moin. So dritt stehen wir da. Hey. Hey. Oh, fast. Oh. Aua. Oh je. Oh, der hat schießt nicht gehört. Oh je. Der lässt ihn durch. Okay. Der lässt ihn auch durch. Was? What the fuck. Sind das Bots? Nee. Warte. Ich mache ihn in die Mitte. Und boop. Schön ohne. Oh, ich habe schon zwei Punkte. 3 Punkte junge, übertreib mal nicht. Ja. Oh, come on. Meins, jawoll. Ich hab Punkte. Den hat er fast gemacht. War aber wirklich ne schwache Abwehr von dem. Meins, verpiss dich. Oh je. Mit dich? Ist ja gut, Junge. Gut, gut. Ach komm. Hey, das war meine Parade. Pimmel. Geht doch nicht hin. Echt? Was? Ey, das kann ich denn ernst. Oh, weder Ball noch los. Piu. 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 Hier. Ei, ich war da. Mal los. Houlala. Bestimmt. Oh shit. Aha. War ja klar. Ja, was ist denn das hier, von den Gegner? Ja. Guter Rückpass, oder? Ja! Nein! Kacke. Oh, ihr habt euch gegenseitig zerstört. Das ist wichtig. Mittig? Nee. Doch, also mittig war er. Das einzige, was mittig war. Maaan. Oh shit. Uh. Oh shit. Oh shit. Ich bin rausgewürgt. Yeah, habe ich gemacht. Okay. Ich wollte nochmal auf Nummer sicher gehen, dass das Spiel spannend bleibt. Darum habe ich vorne kein Tor gemacht und hinten ein Tor gemacht. Ach so, Jan, das verstehe ich. Ich habe ein bisschen Zeit verstreichen lassen hier. Da sind sie eh nicht eigentlich. Ich stehe, ich habe keinen Druck hier. Ich muss nochmal umboxen hier. Ja. 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 Ja.